Das war definitiv nicht so einkalkuliert. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Ja. Wie ihr wünscht. Sofort. Die Siedler werden stolz auf meinen neuen Titel sein. Hoffe ich doch. Hm? So. Abotheke ausbauen. Äh. Jupp. Natürlich. Sofort. Jetzt ist mein Dieb da in dem Tor eingekeilt. Wegen den Wachen. So gut wie erledigt. Ja. Der Zugang nach Parasar ist sehr stark bewacht. Es muss einen anderen Weg in die Stadt geben. Ja, das hier ist ja auch das, äh... Wie ihr wünscht. ...Herlager, wo all die Kasern und so stehen, die wir zerstören sollen. So gut wie erledigt. Auf dem Weg. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, sobald ihr anfangt zu meckern, dass keine Steine mehr da sind, äh, stelle ich sie mal in Ruhe statt. Einmal können wir den Steinbruch sicherlich noch, äh, ausbauen. Zahlt euren Tribut für Hidu. Weih, wir kriegen einen Stein diesmal. Verstanden. Ja. So, dann hier lang. Ja. Wie ihr wünscht. Hier gibt es übrigens eine Steinfalle. Einen Steinmetz fehlt es an Stein. So, dann kann ich den Steinmetz mal zu lange von der Produktion ausnehmen. Kann ein Fest geben. Um ein paar Frauen anzulocken. So, die Imkerhütte noch mal ausbauen. Sofort. Sofort. So gut wie erledigt. Auf der Stelle. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. So, unser Dieb gut sein Brief wieder. Unser Dieb hat in Erfahrung gebracht, dass der Dorfälteste im Westen festgehalten wird. Der Dieb könnte für uns das Gefängnis über einen Weg nordwestlich von Prapaztan erreichen. Boah, das ist meine Kirche hier, ey. Die Kathedrate. Natürlich. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Kommt die hier oben lang? Nein. Oh, aber die Schwertkämpfer, die kommen da durch, oder? Ja. Ah, shit. Wie ihr wünscht. Nein. So gut wie erledigt. Wie ihr befehlt. Unser Brief wurde entdeckt. Nein. Okay, Gott sei Dank lauft die Stur weiter. Okay. Ja. Unser Dieb hat einen Gefängnisturm entdeckt. Aber dies ist nicht der Ort, an dem der Dorfälteste gefangen gehalten wird. Wir sollten die Insassen befreien. Denn Kanas Feinde sind unsere Freunde. Mhm. Sofort. Wir haben eine Gruppe Schwertkämpfer befreit. Sie hatten von Papperts Angriffsplänen auf Thäler erfahren und verweigerten ihm den Gehorsam. Sie wollen sich uns anschließen. Ja, das Gefängnis ist hier. Sofort. Sofort. Wie ihr befehlt. So gut wie erledigt. Ja. Natürlich. Mal kurz gucken, was es hier drüben gibt, bevor die Regenzeit anfängt. Ich glaube, das sollte unser Diebgrad noch so schaffen. Das Katapult wird uns gute Dienste leisten. Wie ihr wünscht. Hier irgendwo muss sich der Schlüssel zum Gefängnis befinden. Seltsam, Kanas Priester scheinen diese Gegend zu meiden. Dafür treiben sich hier einige Tiger herum. Bevor wir den Schlüssel bergen, sollten wir einen sicheren Weg zu unserem Stützpunkt finden und Verstärkung holen. Wie ihr befehlt. Auf der Stelle. Auf euren Befehlen. Auf dem Weg. Also ich schätze mal hier irgendwo, dass da in den Ruinen... So gut wie erledigt. ...der Schlüssel ist... Aber wie gesagt, ich warte, bis die Regenzeit vorbei ist. Außer, dass hier nachher alles überschwemmt ist. Auf der Stelle. Wie ihr befehlt. Die Regenzeit hat eingesetzt. Sofort. Oh, noch ein Räuberlager. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie ihr wünscht. Natürlich. Wie ihr befehlt. So gut wie erledigt. Auf dem Weg. So gut wie erledigt. Wie ihr befehlt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Gut, jetzt müssen wir erstmal warten bis die Regenzeit vorbei ist. In der Zeit können wir uns aber hier rum kümmern. Also um zwei Tavernen. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Und ja, im Augenblick gibt es halt keinen Weg über den Fluss, solange die Regenzeit anhält. Aber sind ja zum Glück nur zwei Monate. Die Zeit können wir nutzen, das hier auszubauen. Auf euren Befehl. Ei. Und noch einmal den Steinbauer auszugraben. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Wie ihr wünscht. Und wenn wir dann genug Geld haben, wieder geben wir noch ein Fest. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Oh, wir haben auch Lust. Sehr schön. Fischer hat auch kein Fisch. Also das ist Papas Zahn. Der Befehl hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. 100. Wow. Okay, das hat sich gelohnt. Also 200 Stein sag ich nicht. Nein. Nein. Das hat sich gelohnt. Okay. Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also bei den Tieren, die ich da so habe, könnte ich eigentlich noch eine Metzgerei errichten. So, jetzt noch mal ein Fest geben. Äh, ist gleich, der August ist gleich vorbei. Werfen wir ein bisschen Holz weg. Ja. Und ja, ich bin mit meinem Dieb halt übermütig geworden. Ja. 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 Ja.